Hallo zusammen, ich bin Franziska von Aguilar und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Foto drauf. Heute geht es um ein ganz besonderes und vor allem wichtiges Thema, für das ich mir Unterstützung von zwei Gästen geholt habe. Das ist einmal Jana Dickmann, Tierärztin und Gründerin der Initiative Vetivolution, über die wir heute sprechen wollen. Hi Jana. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Und zum anderen haben wir Karim Montassa, auch Tierarzt und ebenfalls Gründer von Vetivolution. Hi Karim. Hallöchen, danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr beiden da seid und mit mir über eine Problematik sprecht, die uns alle als TierbesitzerInnen was angeht, nämlich die enorme Belastung von Tierärztinnen und Tierärztinnen in Deutschland und das damit verbundene erhöhte Risiko für Depressionen und auch Suizid. Ich habe mal ein paar leider sehr traurige Zahlen mitgebracht, um die Problematik zu verdeutlichen. Laut einer deutschlandweiten Studie haben Tierärztinnen und Tierärzte im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein dreimal höheres Risiko an einer Depression zu erkranken. In einer weiteren Studie von 2016 zeigten fast 30 Prozent der befragten Tierärztinnen und Tierärzte klare Anzeichen einer klinischen Depression. Also fast quasi ein Drittel der befragten Tierärztinnen und Tierärzte. Das ist schon ja wirklich enorm. Ähnliches gilt leider für Suizidgedanken. 24,2 Prozent der befragten Tierärztinnen und Tierärzte haben schon mindestens einmal geplant, sich selbst umzubringen. In der Allgemeinbevölkerung liegt der Prozentsatz dagegen bei 5,2 Prozent. Das ist wirklich harte Kost und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt darüber sprechen, wie wir alle gemeinsam dafür sorgen können, dass sich an diesen Zahlen etwas zum Positiven verändert. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es überhaupt zu diesem Stand kommen konnte. Fangen wir mal ganz vorne an, Karim. Eure Idee von Vet Evolution gründet ja auf dem amerikanischen Vorbild Not One More Vet. Worum geht es bei diesen Initiativen? Es geht darum, einerseits Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen, aber dann auch Lösungen zu schaffen. Weil diese Problematik einfach so in unserer Branche drin ist und so krass ist für alle Beteiligten, dass so ein bisschen man so wie der Ochs vom Berg steht manchmal und da hilflos ist. Und wir haben gesagt, okay, es muss sich was tun und wir müssen auch in Deutschland irgendwie eine Plattform schaffen, wo sich alle versammeln können und wo alle zusammen daran arbeiten können, dass unsere Branche wieder gesünder wird. Weil wir lieben irgendwie alle unseren Job und wir hätten halt gerne, dass der Job uns auch liebt sozusagen und dass die Situation einfach insgesamt besser wird. Und Not One More Vet ist in den USA eine Initiative gewesen, die sich dem angenommen hat nach dem Suizid einer Tierärztin. Und das heißt ja schon Not One More Vet, also nicht noch ein Tierarzt, eine Tierärztin. Und wir haben gesagt, okay, hier in Deutschland gibt es nichts Äquivalentes, aber wir unterscheiden uns auch etwas von dem von dem US-Vorbild Not One More Vet, weil wir weniger auf Aufmerksamkeit gehen wollen, sondern mehr auf Lösungen gehen wollen. Das ist so unser Ziel. Und wir haben das gegründet, weil wir festgestellt haben, dass wirklich jeder, mit dem man in der Branche spricht, kennt eine Kollegin oder einen Kollegen, der sich suizidiert hat. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht tragbar ist. Und dann haben wir letztes Jahr eine Podcast-Reihe gestartet, in der wir Expertinnen und Experten interviewt haben zu dem Thema. Psychologinnen und Arbeitspsychologinnen und Berufsverband und so weiter. Und danach haben wir gesagt, okay, jetzt wissen wir sehr viel über das Thema. Jetzt müssen wir es auch angehen. Und so ist das Ganze geboren. Das heißt, Jana, ihr seid auf das Thema aufmerksam geworden, weil ihr einfach selber auch Bekannte habt oder in eurem, ja, in dem Kreis, in dem ihr euch bewegt, Leute kennt, wo das leider der Fall war oder ist? Ja, das geht leider im Studium schon los. Also es ist tatsächlich so, wie Karim gerade gesagt hat, jeder von uns kennt KollegInnen, meistens nicht nur einen, die so ihr Leben beendet haben. Und das ist natürlich eine krasse Erfahrung. Und so das Thema Aufmerksamkeit. Es ist im Moment so, dass sich fast jeder bei uns in der Branche dieser Problematik bewusst ist, weil man nicht so wirklich drumherum kommt und weil natürlich auch die allermeisten von uns ähnliche Erfahrungen machen mit den Belastungen im Job und mit den eigenen Problemen und die eigenen Grenzen, an die man häufig kommt. Ja. Karim, warum ist denn die Suizidrate in der Tierärzteschaft besonders hoch? Ja, das ist die Knackpunktfrage. Und glücklicherweise gibt es da in den letzten Jahren, du hast ja eingangs schon ein paar Studien zitiert, also es gibt Forschung dazu. Und wir wissen mittlerweile, dass es ein, man nennt das ein multifaktorielles Problem ist. Das heißt einfach nur auf klug, dass es viele, viele Gründe gibt. Die Hauptgründe sind aber, dass man schon im Studium lernt auf seine eigenen oder man kriegt beigebracht, dass man zu funktionieren hat und dass man seine eigenen Bedürfnisse und Emotionen ignorieren muss, um zu funktionieren, damit man dieses Studium überhaupt bewältigen kann. Und das ist eigentlich logisch, wenn man aufhört, auf seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten, dass die gehen ja nicht weg dadurch, sondern man ignoriert sie nur. Und das geht eine Zeit lang gut, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann kommt man in die Klinik und viele bis alle, würde ich sagen, von uns sind halt Idealisten oder Idealistinnen, weil wir wollen halt Tieren helfen. Deshalb machen wir diesen Job, ja. Und dann kommt man draußen in die Realität und hat sehr schlechte Arbeitsbedingungen und es wird wahnsinnig schlecht bezahlt immer noch, obwohl man ja so lange studiert hat und dann vielleicht noch Doktorarbeit oder was auch immer gemacht hat. Und dann kommt halt hinzu, dass wenn man Tiere behandeln möchte, man häufig an finanzielle Grenzen kommt, weil Tiermedizin ja in Deutschland immer noch so ein Cash-Geschäft ist. Und man halt als TierbesitzerInnen das bar bezahlen muss und das geht halt häufig nicht. Und dann hat man als Tierarzt auch die Frage, okay, ich könnte jetzt dieses Tier optimal behandeln, aber es muss auch irgendwie bezahlt werden. Und das ist so ein ethischer Konflikt, auf den eigentlich keiner Bock hat und der halt echt schwierig ist. Und Jana hatte mir ein Zitat geschickt gestern, ein englisches, das den Beruf ganz gut zusammenfasst. High consequence decision making in a complex environment with imperfect data on a budget. Also wir haben hohe Konsequenzen, weil es geht um Leben und Tod häufig in einer sehr komplexen Umgebung der Medizin. Wir haben imperfect data, weil die Studienlage halt immer noch bei vielen medizinischen Bereichen eingeschränkt ist. Und dann soll das Ganze noch möglichst günstig stattfinden. Also man kann sich vorstellen, das ist einfach ein Spannungsfeld, in dem man echt dauergestresst ist. Extremst viel Druck auf jeden Fall. Und dann ja sicherlich auch eben immer wieder die Entscheidung oder wenn dann die Entscheidung getroffen wird, das Tier muss eingeschläfert werden, ist ja auch das eine Belastung, wenn man ein Leben beenden muss, stelle ich mir zumindest sehr belastend vor. Total. Und hinzu kommt, dass es den psychologischen Effekt gibt, dass man, also das ist messbar, dass man die Hemmung in Anführungszeichen vor dem Tod verliert, weil man halt sehr häufig sehr viel euthanasiert und durch diesen Einschläferungsprozess, der emotional super belastend ist, halt so etwas die Hemmung davor verliert. Und dann ist der Schritt zum, dass man sich das eigene Leben nimmt, irgendwann weniger drastisch. Zusätzlich hat man natürlich auch das Handwerkszeug, also platt gesagt, man weiß, wie es funktioniert. Ja, ja. Was vielleicht auch noch ja mit reinspielt, beziehungsweise definitiv mit reinspielt, es kommt ja nicht nur das Tier zum Tierarzt, sondern es kommt auch der Mensch zum Tierarzt. Und das heißt, da muss ja auch Kommunikation stattfinden oder findet Kommunikation statt. Und da ist ja die Frage, was können TierbesitzerInnen und Besitzer tun? Also können die was tun? Tragen die gegebenenfalls manchmal dazu bei, dass das auch irgendwie alles so negativ ist? Oder wo sind da vielleicht Stellschrauben, Jana? Ja, die können auf jeden Fall einiges tun. Also ich würde mal sagen, der allerwichtigste Punkt ist, direkt frühzeitig mit dem Tier zum Tierarzt zu gehen, wenn sich Krankheitssymptome abbilden. Weil je länger man wartet, umso schwerer wird die Krankheit, umso größer sind die Folgen, umso schwieriger ist es zu behandeln, umso größer wird der Behandlungsaufwand, die Kosten etc. Dann wird es vielleicht sogar ein Notfall, der psychische Druck wird auf allen sein. Also es macht alles einfach komplizierter, wenn ich Sachen erstmal zu lange aussitze. Das heißt, frühzeitig reagieren, die Tiere natürlich auch gut kennen und unter Beobachtung haben, dass man bemerkt, wenn es denen nicht gut geht. Weil wir ja natürlich, Haustiere verstecken oft Symptome sehr lange und dann kann man durchaus auch schon kleine Änderungen ernst nehmen. Und dann, wenn es zu der Situation kommt, dass ich zum Tierarzt muss, ist es aktuell besonders häufig so, dass ich auf Termine warten muss, weil einfach das Aufkommen sehr hoch ist. Wenn ich dann tatsächlich im Notdienst stehen muss, gibt es immer noch auch Wartezeiten und einen hohen Workload. Das heißt, Geduld mitbringen, auch wenn es schwierig ist in der Situation, Verständnis haben dafür, dass die Teams wirklich rotieren und einfach an allen Ecken und Enden daran arbeiten, im Zweifelsfall Leben zu retten. Und was aber auch, Karim hat es gerade schon angesprochen, ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist sich schon bei Anschaffung des Tieres einfach über die Verantwortung bewusst zu sein und die Finanzen geregelt zu haben. Weil man stellt sich die Situation vor, wir haben ein Tier mit einem akuten medizinischen Notfall. Die Katze hat vielleicht einen Unfall gehabt oder der Hund eine Magendrehung. Man muss schnell handeln. Sie stehen in der Klinik, die Tierbesitzer mit dem Tier. Die fühlen sich ängstlich, vielleicht hilflos, machen sich natürlich super große Sorgen um ihr Tier. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, die Tierärztin versucht jetzt in ihrem Kopf sehr schnell zu sortieren, welche Schritte muss ich tun, um diesem Tier am besten als erstes zu helfen, beziehungsweise wenn die Diagnose noch gar nicht klar ist, wie kann ich die am besten rausfinden. Auf keiner dieser beiden Seiten ist irgendwo eine Kapazität, sich jetzt groß über Finanzen Gedanken zu machen. Das heißt, das geklärt zu haben, ist auf jeden Fall eine deutliche Erleichterung und sich dessen bewusst zu sein. Weil das natürlich, wenn das als zusätzliches Thema obendrauf kommt, in diesem Kontext, auf allen Seiten einen Riesenstress noch zusätzlich verursacht und dem Tier überhaupt nicht hilft. Vielleicht, ich würde da noch kurz ergänzen, nur so um das in Perspektive zu rücken. Wenn jetzt Leute zuhören und ich meine, also machen wir uns nichts vor, alle, die jetzt hier zuhören, sind super engagierte TierbesitzerInnen, die halt da richtig Interesse daran haben, gut für ihr Tier zu sorgen. Und das gilt jetzt nicht direkt für euch, sondern eher für die, mit denen ihr sprecht, die vielleicht, ne, tragt diese Botschaft auch ein bisschen weiter an die Leute, die vielleicht nicht so engagiert sind und sich da über so Podcasts informieren. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, ganz, ganz viel der Probleme, die in dieser hohen Suizidrate dann irgendwann münden als Spitze des Eisberges, die liegen bei uns. Also wir müssen als Berufsstand einfach ganz viel an unserem Studium und an unserer Arbeitsbedingungen und an unseren anderen Bedingungen arbeiten. Und das hier ist quasi ein Aspekt, der super wichtig ist, aber es soll jetzt nicht so klingen, als wären die TierbesitzerInnen irgendwie schuld, sondern wie Jana das gerade richtig beschrieben hat. So alle wollen einfach nur das Beste für ihr Tier und es ist aber dann extrem wichtig, dass ihr da draußen uns helft, das Beste für das Tier machen zu können. Und da ist halt finanzielle Absicherung einfach der Dreh- und Angelpunkt. Ja, auf jeden Fall. Also das soll natürlich nicht heißen, dass jetzt da bei den TierbesitzerInnen das Hauptproblem liegt, sondern ich glaube, das liegt definitiv woanders. Aber man kann sicherlich dazu beitragen, A, das Finanzielle, da haben wir auch gleich die Überleitung sehr schön zum Thema Tierversicherung, da sprechen wir gleich drüber. Aber B, auch glaube ich eben, wenn man sich selber mal ein bisschen Gedanken darüber macht, wenn man in die Tierarztpraxis geht oder auch vorher schon kommuniziert, wie man kommuniziert und sich da vielleicht ein bisschen auch reinversetzt in die andere Seite und Verständnis zeigt und auch sich bewusst macht, dass der Tierarzt oder die Tierärztin ja auch nur das Beste möchte für das Tier und da eben vielleicht das auch sich in der Kommunikation widerspiegelt. Aber genau, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, das Finanzielle ist ein großer Punkt und da kommen wir auch zu der Frage, welche Rolle können denn oder spielen denn Haustierversicherungen wie Agila in dieser Diskussion und in diesem Problem? Denn wir als Agila haben uns ja jetzt auch entschieden, die Initiative zu unterstützen und vielleicht könnt ihr da einmal ein bisschen erläutern, was wir, was die Haustierversicherung und da auch quasi der Tierbesitzer tun kann in diesem Bezug. Für mich ist da ganz bezeichnend gewesen, meine Erfahrung, als ich in England in Kliniken gearbeitet habe, weil der Versicherungsschutz von Haustieren in England einfach fast flächendeckend ist. Da hat jedes Tier eine Krankenversicherung und die machen das einfach schon sehr viel länger als wir, schon seit den 90ern und da läuft es halt so ab. Das Tier kommt in die Klinik oder in die Praxis, hat irgendwas und dann geht es nicht darum, oh, ja, welche Behandlung, das Tier braucht irgendwie zwei Tests und eine Behandlung, können wir vielleicht den einen Test sparen, aber dann wissen wir nicht genau, was Behandlung ist. Also diese ganzen Fragen stellen sich nicht, sondern es wird halt wie bei uns Menschen auch, man geht hin und swipet die Karte und dann ist gut. Und das ermöglicht natürlich den Praxen, bessere Medizin zu machen, weil man einfach nur noch darauf gucken muss, okay, was macht jetzt hier medizinisch Sinn und nicht mehr, was macht finanziell Sinn. Und das ist so ein Zustand, den, als ich da hinkam zum ersten Mal, den ich so gar nicht kannte, was ich irgendwie ein bisschen befremdlich fand am Anfang, weil irgendwie ich schon kannte, dass man diese Diskussion hier in Deutschland immer führen muss und immer sagen muss, ah, das würde aber so und so viel kosten, ist das denn in Ordnung? Und da gab es das halt nicht. Und das ist natürlich für alle Seiten total komfortabel, weil man dann tatsächlich gucken kann, was ist denn jetzt das Beste fürs Tier? Und die machen das, wie gesagt, schon seit den 90ern. Das Ding ist, so diese Versicherungen funktionieren ja am besten, wenn möglichst viele Leute daran teilnehmen. Und deshalb ist unser dringender Appell, dass man sich damit einfach auseinandersetzt, sich da gut informiert und dann sein Tier finanziell absichert und das geht halt am einfachsten über eine Tierkrankenversicherung. Und es ist ganz wichtig, dass man sich einfach nur bewusst macht, dass das, also in zehn Jahren werden wir diese Diskussion nicht mehr führen, weil jeder da sein Tier versichert haben muss. Nicht, weil es gesetzlich verpflichtend ist, sondern weil die Tiermedizin immer teurer wird und es macht Sinn, sich jetzt damit zu beschäftigen und jetzt schon Versicherungen abzuschließen, weil es, also es wird nicht günstiger werden, garantiert, es wird teurer werden. Und wenn man sich jetzt schon damit beschäftigt und jetzt eine Tierkrankenversicherung abschließt, dann hat man selber ein besseres Gefühl, man sorgt dafür, dass die Tiermedizin sich besser entwickeln kann und es halt wieder mehr darum geht, okay, was ist denn das Beste fürs Tier? Und das ist ja das, was wir alle wollen. Auf jeden Fall. Möchtest du noch was ergänzen, Jana? Nee, das war schon ein ziemlich gutes Roundup. Also ich, ja, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall auch, dass wenn man in der Behandlung steht und ich stelle immer die Frage, hat Ihr Tier eine Versicherung? Und gerade wenn es ein Notfall ist und dann wird die Frage bejaht, dann ist es für alle Seiten erstmal so eine Erleichterung, weil natürlich für den Patientenbesitzer so ein gewisser Druck genommen ist. Der muss sich nicht der Frage stellen, können wir das jetzt alles machen mit der Behandlung? Und ich muss sie mir auch in den allermeisten Fällen nicht mehr stellen. Von daher ist es ja eine gute Unterstützung. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt auch schon so halb angeschnitten haben, ist tatsächlich auch nochmal dieses Bewusstsein als Tierbesitzer in das, nicht nur das, natürlich das Tier regelmäßig zum Tierarzt muss und dass das Geld kostet, sondern auch, dass das entsprechend vernünftig entlohnt wird quasi. Also viele Tierbesitzer hört man ja immer wieder, dass sie sich darüber beschweren, dass das so teuer wäre. Dabei ist es, glaube ich, in Deutschland im Vergleich noch recht günstig, zum Tierarzt zu gehen. Darf ich da ganz kurz zu einhaken? Also räumen wir mal kurz mit diesem Vorurteil auf. Das ist, also im europäischen Vergleich ist Deutschland absolut billig gland, was die Tiermedizin angeht. Und das Problem ist nicht, dass es zu teuer ist, sondern dass es jetzt langsam diese kompletten Billigpreise etwas verlassen, weil es sich einfach nicht mehr rechnet und niemand irgendwie mehr zu den Bedingungen arbeiten möchte. Das hat lange funktioniert, weil wir eine Situation hatten, dass die Tiermedizin günstig gehalten wurde, aber halt auf dem Rücken von Tierärztinnen und Tierärzten. Und es wurde einfach, wurde extrem wenig bezahlt, extrem viele Stunden gemacht und dann geht das irgendwie. Aber das hat nicht dazu geführt, dass die Medizin besser wurde, sondern es hat nur dazu geführt, dass immer mehr Tierärzte und Tierärztinnen verschlissen wurden. Und jetzt sagen wir halt als Branche zum Glück, hey, wir wollen gute Medizin machen. Dazu gehört aber, dass ich halt nicht 24, 36 Stunden am Stück arbeite, weil niemand da draußen möchte, dass ich nach 30 Stunden noch operiere. Glaubt mir. Und deshalb ist es wichtig, dass es genug Geld gibt, dass halt nach einer Schicht jemand Neues kommt, der dann operiert. Und das geht nur, wenn es bezahlt wird. Und deshalb sagt das, was ich vorhin meinte, ist tatsächlich, also lege ich mir eine Hand für ins Feuer. Die Tiermedizin wird garantiert in Deutschland teurer werden und dann sind wir immer noch unter dem europäischen Durchschnitt. Es ist aber ja auch so, dass wir immer weiter an das medizinische Niveau der Humanmedizin rankommen. Und die Humanmedizin braucht aber vielleicht nicht drei Helfer, um den Patienten festzuhalten und hat eine deutlich größere Auswahl an Materialien und an Herstellern von Materialien, sodass die im Gesamtvergleich dann günstiger werden. Also es ist im Prinzip teurer, in der Tiermedizin den gleichen Standard aufrechtzuerhalten wie in der Humanmedizin, auch wenn wir da definitiv nicht sind und das an vielen Stellen auch moralisch natürlich nicht geht, wenn die Prozeduren größer werden. Aber deswegen ist es runtergebrochen, wenn man sich die tatsächliche Arbeit anguckt, die dafür gemacht werden muss, eigentlich nicht teuer. Und wenn man mal so in der Humanmedizin sich das Versicherungssystem anguckt, dann ist das ja verpflichtend und dadurch funktioniert es einfach so gut, dass niemand eine realistische Vorstellung hat, was denn eigentlich so eine Behandlung kostet. Also ich weiß das auch nicht, was irgendwie das kostet, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und mich gegen Corona impfen lasse. Ich gehe da halt hin und dann wird das halt gemacht und dann swipe ich mein Kärtchen und dann ist gut. Und das ist so ein bisschen das, wo wir auch hinkommen wollen eigentlich in der Tiermedizin, ehrlicherweise. Aber wenn man sich das nun mal so überlegt, was ja die Dinge kosten, die wir in der Tiermedizin machen. Also ich habe in der Neurochirurgie in Gießen und in England gearbeitet und da werden irgendwelche hochkomplexen neurologischen Operationen gemacht, wo irgendwelche Hirntumore entfernt werden mit stationärem Aufenthalt, Intensivstationen und allem drum und dran. Und dann kostet das vielleicht 5.000 oder 6.000 Euro. Und dann sagen die BesitzerInnen natürlich, krass, 5.000 bis 6.000 Euro, das ist verdammt viel Geld. Und ich denke mir auch so, das ist echt viel Geld. Aber für das, was da gemacht wurde, ist das halt ein Witz eigentlich. Deshalb, diese Relation, die fehlt halt, weil wir das aus unserer menschlichen Medizin gar nicht so vorgelebt bekommen. Ja, absolut. Jetzt haben wir ja schon einiges angesprochen, was sich quasi ändern muss. Unter anderem eben die Abdeckung von Tierversicherungen. Vielleicht könnt ihr noch mal einmal zusammenfassen, in welchen Bereichen müsste sich was ändern? Also was genau muss oder soll sich ändern, auch im Rahmen der Initiative, die ihr gegründet habt, damit sich die Situation verbessert? Darf ich kurz mit einem Satz einsteigen? Ich glaube, was wir uns initial einmal wünschen würden, ist, dass einfach nur bei den BesitzerInnen da draußen ein bisschen Bewusstsein aufkommt für das Problem. Also dass es das Problem gibt, weil viele sind halt super schockiert und sagen, was? Die Suizidrate ist so hoch, das ist ja schrecklich, weil es einfach noch nicht so bekannt ist. Deshalb schaut mal auf unsere Website www.vetivolution.org. Und da haben wir Informationen zusammengetragen, wo ihr das einfach nochmal zusammenlesen, durchlesen könnt. Teilt das vielleicht auch mal anderen mit? Und ich glaube, durch dieses Bewusstsein wird schon ganz viel angestoßen, dass man vielleicht anders miteinander umgeht, dass man ein bisschen geduldiger ist, dass man sich über diese Geldthemen Gedanken macht. So, jetzt, sorry Jana, ich hatte dich abgewürgt. Ja, alles gut. Ich wollte nur noch mal ergänzen. Wir haben ja jetzt viel über dieses Geldthema gesprochen und die Patientenbesitzerseite. Im Endeffekt ist es so, dass wir tatsächlich quasi von den Babyschritten anfangen müssen. Es muss schon im Studium, eigentlich schon vor dem Studium, müssen die Auswahlkriterien für BewerberInnen überarbeitet werden. Das Curriculum im Studium kann an vielen Stellen noch deutlich verbessert werden. Und dann liegt, wie Karin vorhin schon angesprochen hat, ein großer Teil auch bei uns, dem tiermedizinischen Personal selber, dass wir aufhören, über unsere Grenzen wegzugehen und uns bewusst zu werden, wir brauchen unsere Pausen. Es hilft niemandem, wenn wir durcharbeiten, wir müssen zu angemessenen Konditionen arbeiten, etc., etc. Also das ist wirklich die Liste an Stellschrauben, die wir da verändern können, wollen und im Endeffekt müssen, wenn wir diese Zahlen angucken, ist echt super lang. Das heißt, an Arbeit wird es uns definitiv nicht mangeln für die Organisation. Im Endeffekt kann man es, glaube ich, so zusammenfassen, dass wir beginnen jetzt diese Reise, wir starten jetzt, wir die Tiermediziner und Tiermedizinerinnen, wir arbeiten jetzt sehr viel an uns. Wir räumen bei uns erstmal auf, kehren irgendwie in den eigenen Räumen. Aber ihr könnt uns halt super helfen und uns unterstützen, indem ihr euch über Versicherungen Gedanken macht, indem ihr, wenn es vielleicht etwas länger dauert, dann nicht denkt, ah, die machen Kaffeepause, sondern ah, die retten wahrscheinlich gerade ein anderes Tier und einfach ein gutes Miteinander schafft. Und das ganze Ziel ist halt, dass wir Tiere optimal versorgen können. Und wenn dann jeder seinen Teil macht, dann bin ich da echt positiv gestimmt, dass wir hoffentlich in zehn Jahren sagen, okay, alles klar, jetzt ist es schon viel, viel besser. Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, quasi unsere Abschlussfrage. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um die Zukunft. Ihr habt einen Wunsch frei für den Aufbau und den Erfolg eurer Initiative. Was wünscht ihr euch jeweils? Vielleicht Jana kann gerne anfangen. Also ich wünsche mir, also die beste Hilfe ist ja nur dann irgendwie wirksam, wenn sie auch tatsächlich angenommen wird. Und wir haben schon super gute Unterstützung von Partnern bekommen. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es Menschen zum lösungsorientierten Denken anregt. Und wenn es nur ein paar Kolleginnen sind, die anfangen, sich über ihre eigenen Grenzen Gedanken zu machen und sich darüber bewusst zu werden, wo sie direkt ansetzen können, um den Arbeitsalltag zu verbessern, dann haben wir schon echt viel gewonnen. Deswegen ist auch für uns eine super große Hilfe, wenn es einfach weitererzählt wird, wenn mehr Leute aufmerksam werden auf die Initiative und vor allen Dingen auf Arten und Weisen, wie man selber schon drangehen kann, bis sich diese ganzen Strukturen, die wir jetzt lange und breit erläutert haben, dann tatsächlich auch mitgeändert haben. Voll der gute Wunsch. Jetzt bin ich voll im Zugzwang. Okay, ich glaube, ich würde mir jetzt für die TierbesitzerInnen da draußen von denen wünschen, dass, wenn ihr das nächste Mal in eine Praxis oder in eine Klinik geht, dass ihr vorher kurz innehaltet und sagt, okay, ich arbeite mit der Tierärztin zusammen daran, dass es dem Tier, meinem Hund, meiner Katze besser geht. Und dieses Miteinander schon mit reintragt, weil das Miteinander dazu führt, dass es für alle einfacher wird und vor allem das Tier bessere Medizin bekommt. Das wäre mein Wunsch. Sehr schön, ja. Kann ich, finde ich, sind sehr schöne Wünsche, kann man natürlich nur absolut zustimmen. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass mit eurem Engagement bei VetDevolution und natürlich auch mit euren Partnern wie Agila und anderen und auch den TierbesitzInnen das in Erfüllung geht und dass sich die Zahlen in diesem Bereich, quasi in diesem schlimmen Bereich, sage ich mal, verbessern und runtergehen, zurückgehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Aufklärung über die Situation in der Tierärzteschaft. Ich denke, damit konnten wir… Franziska, bevor du abmoderierst, wollten wir auch noch was sagen. Und zwar wollten wir Danke sagen, weil, also man muss ja mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, VetDevolution ist ja jetzt neu und wir haben das neu gestartet und das war ja ein Gedankenkonstrukt. Und wir haben mit Agila gesprochen und ihr wart halt sofort an Bord und habt gesagt, okay, das ist ein erstes Problem, wir unterstützen das, wir machen da gemeinsam was. Und das ist nicht selbstverständlich und deshalb wollten wir hier auch nochmal ganz offiziell Danke sagen, dass ihr da Partner der Tierärztin und Tierärzte da draußen seid. Super cool. Vielen Dank. Vielen Dank, das freut uns und gerne natürlich. Ja, ja, das ist uns auf jeden Fall ein großes Anliegen natürlich als Tierversicherung, die ja im täglichen Kontakt quasi mit Tierärztinnen und Tierärzten steht und da gerne unterstützen möchte, damit es, damit das besser wird, die Situation. Genau. Ja, ich denke, wir konnten auf jeden Fall vielen HörerInnen, sicherlich für das, viele HörerInnen schon mal für das Thema sensibilisieren, unbedingt. Und den einen oder anderen bestimmt schon inspirieren, sich da was mitzunehmen und auch selbst dazu beizutragen, dass sich die Situation verbessert. Wenn ihr da draußen mehr über die Initiative von Jana und Karim erfahren oder wissen wollt, warum es eben uns als Haustierversicherung ein Anliegen ist, dieses Projekt zu unterstützen, dann schaut mal unter www.agila.de slash vetivolution vorbei. Den Link und auch die Website von Vetivolution, die Karim vorhin auch schon erwähnt hat, packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Nähere Infos zu den anfangs erwähnten Studien findet ihr ebenfalls dort. Ja, und dann freuen wir uns natürlich immer über Austausch mit euch. Daher schreibt uns gern Feedback zur Folge oder auch Themenwünsche über unsere Social Media Kanäle oder direkt an podcast.agila.de. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!